Guck mal denn irgendwas 150 das ist glaube ich mal angebracht Aber wie lange wollen die eigentlich nur krank sein? Oh mein Gott 10, 5 Na dann Sehr fern So, fern über den Sektoiden, na dann Also, wie ist es gelaufen Doktor? Besser als erwartet Bevor die Kreatur verschwand, war ich in der Lage einige neue Informationen zu extrahieren Sie sagen das Ding hat mit Ihnen gesprochen? Nicht direkt, aber wenn man Zugriff auf das Gehirn einer Kreatur hat, kann man bestimmte Muster erkennen, aktuelle Bilder und Gedanken Und worüber hat unser verstorbener Freund nachgedacht? Dieses Bild ist während der Prozedur mehrmals im Gehirn der Kreatur aufgetaucht Das kennen wir doch bereits Doktor Das ist wohl kaum die Art von Durchbruch, die wir Und in Ihren Gedanken gab es eine neutrale Verbindung zwischen diesem Bild und diesem Das ist das Ding das urplötzlich verschwunden ist, als wir das erste Ufo abgeschossen haben Und lassen Sie mich raten, Sie wollen auch in seinem Hirn rumstachern? Das ist das nächste Teil des Puzzles Und dieses Mal sollten wir es vielleicht nicht erschießen, sondern lebend fangen Was ist doch schon passiert, Tante? Gehe wir denn in die Küche, Mann Strahlwaffenforschung, da kommt ein bisschen spät Super, dann haben wir jetzt ernsthaft umsonst gefangen Ich freue mich, ich freue mich Präzisionslaser finde ich eigentlich gut Ja, 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 ja Wir haben alles, was wir benötigen, um ein Alien für die Vernehmung zu ergreifen Halt's mal Na also Da warte ich doch schon die ganze Zeit drauf Die Städten weltweit wurden Außerirdische gesichtet Es heißt, dass nun auch vermehrt zivile Ziele angegriffen werden Sieht ganz so aus, als hätten Sie Ihre Taktik geändert Aber warum? Was soll das? Es ist eine Botschaft An die ganze Welt Dass nichts Sie aufhalten kann Wir halten Sie über die neuesten Entwicklungen auch weiterhin auf dem Laufenden Und jetzt da den Laufenden Ich bin zwei Wenn Sie wieder auf dem Laufenden Dann zumalte, das ist etwas In der Laufenden Und nur Supporter am Start. Oh, ein schwerer. Super. Weg, 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 weg. Ah nee, zwei schwerer. Na also. Und ein Sturm ist auch wieder aktiv. Ja, das läuft doch. So ein Kindersturm, aber gut. Ich habe jetzt nur einen Rang gemeint. Aber es kommt davon, wenn man die ganze Zeit hier im Krankenhaus rumliegt. So, Frau Sorglos, wunderbar. Oh, wie ich es liebe, wie ich es liebe. Wer hat das jetzt schon wieder? Nachdem dir ja eh nichts passieren kann, kann man auch mal am Terroreinsatz irgendwas Lebendes fangen. Schade, 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 schade. Ach genau, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Dann gibt es immer einen Anführer, einen General. Und jemanden, der die Befehle gibt. Das ist bei diesen Aliens nicht anders. Die Frage ist, welche Macht oder Autos... ... 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 Ja, ich glaube, dein Willi, den können wir getenten, eine Pfeife rauchen. 35 ist top für den Corporal. 74. Na gut, das ist ja eh der Cheater. Mensch, Frau Gamma geht aber ganz schön ab. Auch gut, auch gut. Na ja, der Auserwählte wirst nicht. Aber der hat eh einen Scheiß los, also... Transporter ist eingetroffen. So. Mexiko ist das Ziel der nächsten Mission. Mexiko. Wir haben Berichte über Alienaktivitäten in einem dicht besiedelten Stadtzentrum. Wir müssen die Gegend sichern, um zu verhindern, dass es weitere zivile Opfer gibt. Sehr gern. Ich gebe mein Möglichstes. Aber sie ist mal so lieber ein geschwächter Wille als, äh... Ne? Weißt schon. Andere Möglichkeit. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen... Ne, das weiß ich, das weiß ich. Strike One hat grünes Licht. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Hab's gehört. Deshalb lasse ich sie im Normfall auch verrecken. Wenn's jetzt nicht grad wirklich ein absoluter Top-Mann ist. Das ist ja toll. Plätzchen. Würde ich auch nehmen. Hallo Jungs. Ach, Frau Sorglos, ist ein Traum. Kaum gibt's Plätzchen schon, trifft sie mit ihrem neuen Laser. Farblich schön abgestimmt zur Rüstung. Jetzt muss ich den irgendwie ganz schnell töten. Drei Schaden ist ein bisschen wenig. Okay. Wir haben doch hier alle Optionen offen. Ah ja. Jetzt mal so. Oh. Ich erledige das. Ist recht. Ich kann mich doch. 2 3 4 4 4 Ah, doch, gut, gut. Hatten wir noch im Sichtfeld. Wir sehen uns in der Hölle. Schlechter Plan, wenn ich den da hinstelle, da wirft er doch bestimmt wieder eine Granate. Ah, das ist alles müde. Okay. 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 Bestätige Befehl. Cool, ohne Laser geschossen. Okay, das war auch okay, meine Freundin, aber gut. Ich bin dabei. Sie sollten jetzt hier verschwinden. Das waren seine letzten Worte. So, wo denn bitte? Ziel. Ziel. Ah, der hat größer Lead. Der ist ja im Traum. In Bewegung. Auf weg, was du? Ich bin dabei. Wo ist er denn? dann alle. So wird es gehandhabt. Sehr schön, sehr schön. Wir sterben zu viel. Okay, die zwei da oben sind sicher. Stehen da noch mehr? Nee. So, so.